back to the atom x2 es kommt übrigens bald wahrscheinlich vielleicht ist in arbeit keine dritte episode raus da gibt es gerüchte und die arbeit auch schon angefangen die frage ist wann wird sie beendet das sind kraft nicht ach du scheiße wollte mich ficken der what the fuck oh ja das ist schon die spinne kann man irgendwie mal der save point so schlecht aus geil das kann ich das gut gebrauchen jetzt wegdeutsch, ihr Bittschen halleluja boom and shot killing screen oh alter, was ist denn hier los? äh, muss ich jetzt hier runter? muss ich irgendwas drücken? ähm, okay ah äh, hier komme ich nicht rum äh, wie komme ich jetzt? ach so, hier unten äh, wow ah scheiße, ich dachte, hier öffnet sich so eine Hebebühne jetzt damit irgendwie oha aha wow ach du scheiße äh, was geht denn hier? oh, alter, fuck you oh, fuck you äh, was geht denn hier? oh, wo fick denn? Digger was geht? okay ich glaube, ich bin einigermaßen sicher jetzt gerade tanks puh Schon wieder ganz viel Action hier. Irgendwas gibt's hier so? Gar nichts. Ah doch, hinten gibt's Rüstung. Brauchen wir aber jetzt noch nicht. Die heben wir uns lieber wieder auf für nach dem Level so. Ah, haben wir die auch schon mal eingeloggt? Wow. Die haben gar kein Interesse mehr für mich. War ich auch ein Schalter? Oh. What the fuck? Ja, das war dumm. Komm her. Fuck you, I hate you. Oh, geht's hier auch rum. Wah, die Scheiße. Hilfe! Oh nein. Oh nein. Wow. Aha. Ah, die Scheiße ein und geht ins nächste. Hilfe! Oh mein Gott. Ach. So viele Leute, die mich nicht mögen. Warum gibt's so viele Leute, die mich nicht mögen? Ich hab doch immer was getan. Gut, ich hab hier und da ein paar abgeschossen. Gut, ich hab hier und da ein paar abgeschossen. Bitte einfach sterben. Danke schön. Okay. Danke. 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 wir uns also tatsächlich zu nennen ja hier tausend und ich würde wahrscheinlich 20.000 50.000 war mit glaube ich weiß es mir jetzt werde ich besser haben ein bisschen zu gehen ja 20.000 brauchen wir aber gut gehen wir hin vielleicht wir brauchen noch 14.000 wow we fight let me kick Wow, Däger, war fast voll da neben mir. Ja! Schade, nicht so ein Ruhm. Wow, wow, wow. Leute, wenn ich da was Feuer, dann bin ich auch nicht. Oh-oh. 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 Nice. Gefällt mir. Was? War kein Schalter? Oh, wie lame. Oh-oh. Okay, sind wir hier. Oh-oh. 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 I hate you. Come with me and fuck with... Okay. Ja, jetzt kommen wir hoch. Äh. Das ist hier. Hier geht's auch nicht weiter. Hier ist ein blauer Schalter. Oh-oh. Äh, was? Ähm. Okay. Okay. Was hat sich jetzt hier gerade wo rein teleportiert? Ah. Digger. Man, warum verschwendet ihr die Schrift immer? Thanks. Ich höre Sachen, die mir nicht gefallen. Oh, geht ja noch. Ich habe doch schon mit Schlimmeren gerechnet. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, haben wir jetzt schon Berserker-Packen hier aufgesammelt? Nee, ne? Kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir nur in der vorigen Map, die wir jetzt aufgesammelt hatten. Das war dafür, dass ich wegen dir die Russen verschwenden musste. Er hält mich ja wieder hier. Hat das hier überhaupt etwas gebracht? Nee. Wow, heißt das, ich hätte gar nicht runterspringen müssen. Na gut, dann tun wir das noch nicht, sondern gehen wir den offiziellen Weg. Also den anderen Weg, der möglich wäre. Was geht hier lang? Gieht interessant aus. Okay, hier geht es einfach nur außenrum herum. Wo wollte ich gerade gar nicht hin? Hä? Wo ist denn jetzt der... Ach, das hier. Ach, mal jetzt kommen wir her, du Nichtgeburten. Das ist ja schlimmer als die Schwiegermutter. So, was war jetzt hier los? Oh, oh. Ja, das war eine dumme Idee. Gut. Okay, gucken wir erstmal hier oben, was hier oben nochmal los lag. Komm, kam ich da oben rauf? Nein. Warte mal kurz, hier ist es doch. Nee. Boah, halt, wo bin ich jetzt? Hier, da oben will ich rauf. Ist da irgendwie eine Treppe hin? Nee. Ach, da ist dann nachher eine Tür. Okay. Gut, also jetzt auch erstmal ein Bicam an hier. Alter. Irgendwie reicht meine W-Taste. Die gibt dann einfach so ab und zu den sieben sieben drauf. Boah, Alter. Ich bin schon wieder tot. Ding, er ist ja gerade gestorben. Mann, Mann. Fuck you. Hotline. Bitch, nutte, Huren, nutte, Arsch. Bitte was? Keine Chance. Kommt bei der raus. Kommt bei der raus. Dicke weg. Oh, jetzt ist die schon jetzt wieder zugegangen. Oh Mann, ey, ich fick euch alle im Chor. Antraben. Jetzt hänge ich natürlich. Ja, komm. Mach her ne. Warum, du bist so schwach? Ey, warum brauchst du lange? Oh, Alter. Ernsthaft? 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 Ja. Ernsthaft? Oh, mein Gott. Oh, hör auf. Oh, Dicke. Und dreimal. Oh, was ist das? Oh, wenn du mich so. Also diese Feature hier, die gehen wir im engen Raum echt auf den Sack. Ach, leck mich doch. Was ist denn, hier geht's wieder los, Alter. So. Hier war gar nichts. Jetzt drehe ich mich im Kreis. Danke. Nein, hier kann ich nicht drüber. Was muss ich denn jetzt machen? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Ach, ich weiß noch wo. Hier oben waren wir noch nicht. Dahinten war ja noch eine Tür. Da so. Aber erstmal nehmen wir das Ding hier noch mit. Hä? Halt nicht. Hat sie nicht die Minigun benutzt gehabt? Oh Gott. Digga, was? Was kommt denn da schon wieder alles angespawn? Alles angespawn. Alles. 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 ich habe gebrauchen wobei ich gar nicht weiß was hier ist nicht erwartet oh nein ich tue es noch mal wieder oh ein schalter Oh, oh, oh nein Ist hier was geöffnet? Wow Hä? Äh, ich hole doch mal nicht rein Ah, nein Hä, doch, achso, hab ich nur von der anderen Seite Okay Ja, jetzt hat sich hier ein Schalter getan Der hatte irgendwas blau, ach, blau, genau, ja, hier Obwohl, hier ist eigentlich alles blau Ah, siehst du, der hat sich gar nichts getan Ach, Mann, Alter Ach, Gott Mal gucken, ob sich hier irgendeine andere Wand geöffnet hat Nee, hat sich auch nichts getan Äh Wie ist die Heber mir noch gar nicht drin? Oh, und ich glaube, ich weiß auch warum Oh, ja, ich glaube, ich weiß nicht Oh, ja, ich glaube, ich weiß nicht Boah, alter, MEDEEL! Danke! Keine Schaden. Oh, da ist der Secret. Schon zwei. Mal wieder zwei. Na gut. Oh. Kommen wir da auch normale hin? Ne, ne? Na gut, dann komm her. Wobei, das ist doch hier alles ein Raum. Das ist doch die große Außenfläche, oder? Da müsste ich doch hier rumkommen. Äh, ahhh, ja genau das mein Ding. Und dann muss ich ja auch hier nach unten holen. Ja, da ist das so, was hier. Oh, das ist doch mal. Oh, da ist doch... Oh, da ist doch... Oh Gott, oh Gott. Wo ruf ich hin? Ach, scheiße. Fuck! Äh, das war Lava. Na klar, ich schon wieder. Ähm. Gibt's ja auch ne Bedenkzeit? Wo muss ich denn überhaupt hin? Fuck. Der war schlecht geworfen. Aber gut. Ich akzeptiere mein Schicksal. Der war schlecht geworfen. hallo doch leck mich doch ach komm ey, das ist nicht mehr normal hier ich hab meine die die Geht doch, renne ich jetzt einfach das weg. Danke. Noch einer. Oh. Einmal fast. Äh, auch noch nicht. Hä? Jetzt geht's. Oh. Das ist aber lieb. Der Scheiter hat jetzt was getan? Oh, eine große Rüstung. So, anscheinend muss ich doch irgendwie runter. Äh, ich frage mich nur wie. Boah, Alter, wie ich schon wieder genau gar nichts sehe. Boah, Alter. Okay. Sieht ruhig aus. Ich bin jetzt wieder hier. Ach, hier ist noch ein Schalter. Das hat jetzt wieder... Ach, dann geht's ja noch weiter. Ähm, also. Warte, ich bin jetzt nicht ja wieder hier. Ah, 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 ah. Oh. Geht's ja weiter, ne, ne? Hm, da wäre in der nächsten Folge, ob ich da rüber kann. So wie es aussieht, eher nicht. Oh. Oh. Na gut, irgendwie müssen wir jetzt irgendwo hin. Wo wir wahrscheinlich in den Raum hier rein können. Ich versuche mal kurz ein bisschen weiter zu laufen. Wo ist denn der Raum? Hä? Ach, der ist hinter unserem komischen Portal, wo wir nicht weiter können. Hier. Äh, wow. Ich muss also irgendwie die Bündnis hier, diese Hebebühne hochbekommen. Waaaaat, du Schalter. Aha. Hier haben wir noch einen Schalter. Ähm. Ähm. Ah. Da geht's raus. Okay. Sind zwar schon voll, was auch immer das ist, sollte Plasma sein. Werde ich mich nicht recht, ganz falsch entzündet. Wow. Aha. Wow. Gut, hier haben wir gar nichts. Ähm. Waaaaah. Ihr Arschlöcher, ey. Okay. Wo ist denn, wo der Schalter jetzt gemacht hat? Hier komme ich wieder hoch? Hier, Moment, ich muss doch da rüber. Oder nicht? Ah. Ah. Jetzt möchte ich gar nichts mehr. Wie... woher komme ich denn da rüber? das will doch gar nicht hin. na gut, mal gucken, was haben wir jetzt gerade bekommen? wir haben noch absolut gar nichts was ist denn das jetzt hier? was soll denn das jetzt hier werden? was haben wir jetzt gerade bekommen? wir haben noch keinen einzigen schlüssel, wir haben noch gar nichts wir haben nur einen feuchten händedruck danke, ah nee hm ich bin ein bisschen verwirrt um nicht zu sagen komplett frag befragt oh gott, noch mehr noch mehr gestalten ich höre euch nee, die sind alle da aber wie zum geier komme ich dahin? dahinten ist eine treppe dauernd muss ich irgendwie lang, aber da geht es nicht lang ja jetzt crash doch mal hier nicht so rum, Alter, ich weiß doch auch nicht wo ich gehen muss äh, das ist das Ding zu? ich fliege nicht mehr durch äh ach man hier, komm ich kann ja nur noch im kreis rum ich kann ja nur noch im kreis rum ja ich kann ja nur noch mal ole Ich krieg das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bin ich ja wieder hier? Hallo? Okay, ich glaub ich bin nicht richtig. Kann ich hier die gelbe Tür? Ah. Fuck. Oh. Ich kann hier ja noch gar nicht lang, normalerweise. Eben. Der würde ich ja... Wow, ich kann gar nicht lang. So, was können wir mit dem gelben Schlüssel noch machen? Gar nichts. Gut. Wie es aussieht, ist auf der anderen Seite da auch noch ein Raum. Zum Beispiel ist es da noch leer. Oh. 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 Was hat jetzt der gelbe Schalter gemacht? Hast du überhaupt was gemacht? Ach, komm, Mann, ey. Oh, Alter, ja, ist er gut. Komm, komm! Ach, das ist so deprimierend. Ach, ich sehe das nicht. Ne, bringt auch nichts. Jetzt muss ich erstmal herausfinden, was dieser gelbe Schalter ausgelöst hat. Außer, dass ja die Treppen angehoben wurden, weil das hat uns ja noch nicht wirklich weitergebracht. Ah, da war auch noch ein Schalter. Oh, wow. Ach, Mann, ey. Jedes Mal falle ich hier rein. Das ist doch Bullshit. Na, komm, rein. So, hier hat sich nach wie vor nichts geändert. Oh, Mann Oh, Mann. Pharaoh setzt immer die W-Taste aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich mir muss. Oops. Ach, du Schalter. Ach, fuck. Ja, ich weiß. Ich habe dich auch geliebt. Da ist ein Schalter. Oh Gott, sind die zwei Türen? Ne, nur eine Tür. Ah, also es ist auch Türen. Ach, du Scheiße. Boah, Leute. Oh Gott. 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 Was? Das ist so ein Ding? Oh, ich merke das nicht. Oh, ich rieche das nicht. Wow. Oh, ich rieche das nicht. Ich weiß nicht, was er noch nicht ist. Das ist immer der Bombe! Er ist auch der Bumbe! Ich habe ein Bumbe! Der ist jetzt hier ein Bumbe! Okay, gehen wir doch mal hier lang, gucken mal, wo hier was jetzt hinführt. Ja, das war natürlich logisch, weil ich Kraft meiner Physikkenntnisse natürlich auch auf den Improv klettern musste. Wie wenig Leben habe ich ja nur noch, 42 Leben, okay, passt ja. Okay, ich habe jetzt ein A, 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 ein A wie es was jetzt bin ich habe hier. verdammt oh oh Äh, wohin? Jetzt, jetzt bin ich wieder zurück. Ah! Ne? Das bringt mir erstmal nichts. Ah, Schalter! Ja klar, komm, danke. Ja klar, komm, danke. Ich habe keine Angst, dass ich hier nicht verstehe. So, da. Lalalalalala, ta-ra-ra-ra-ra. Ich habe keine Angst, dass ich hier nicht verstehe. Das war's für heute. Ah, Alter. Kann passieren. Ah, von hier kommt er. Ah, komm her. Ah, komm her. Geht doch. Hä, waren wir gerade noch welche? Waren wir so. Gut, da geht's nicht weiter. Ist das hier eigentlich so jetzt Exit? Oder was? Nee, natürlich nicht. Doch. Hä? Wir haben doch noch gar nicht die richtige Karte. Oder brauchten wir die gar nicht um zum Ziel zu kommen? Äh, wo jetzt? Da. Die Gegner sind nämlich auch noch. Na komm, wo seid ihr? Oh. 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 Oh, was das? Was ist das denn, Lektion? Hey, kann man da nicht wieder nach dem Tektor hin? Okay, dann gab es nur zwei Wege hierhin. Interessant. Na doch, gibt es zwei Wege hierhin. Habe ich jetzt gerade echt eine Rüstung aufgenommen für 5%? Das nenne ich mal Ineffizienz. Achso, halt, das war wieder das Ding da. Äh, gehen wir schon. Hmm, hier kommt noch ein bisschen. Oh, es ist wieder hier. Na gut, siehst du, das ist doch gar nicht hochgegangen, weil wir noch nicht den Klo und Skull haben. Na gut, komm, wir gehen in das Ziel. Ach, siehst du, ich habe auch noch ein Secret. Oh, da muss ich mich hin teleportieren. Ah, super. Als wäre ich, wenn ich dich schon genug teleportiert hätte. Da. Vor allem die Frage ist echt, wo wäre denn der Teleporter? Da. Ich gehe auf Wann, da gibt es noch ein Secret. Ja, ich gehe jetzt nicht los. Ah gut. Aber wie viele Leute? Ich gehe auf Wann, da gibt es die Selbstmeidung. Ich bin für dieensive Schausse. Oh, oh, oh. Ich geh auf mich auf. Oh, schau' noch, ich bin. Ich bin los. Oh, ich bin los.